Hallo, ja, wir sind wieder hier und wir müssen Silos bauen. Ja, 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 ja. Und wir müssen viele Einheiten bauen. Und wir müssen auf jeden Fall hier rüber auf die andere Seite. Das ist klar jetzt. Weil wir darüber eine Werft bauen müssen, damit wir da rüber kommen. Und bis dahin müssen wir erstmal damit klarkommen, dass wir bald ein Großkraftwerk benötigen. Und der hier uns dort angreift. Und wir am besten noch eine zweite Waffenfabrik bauen, damit wir schnelle Einheiten wiederum bauen können. Wut, 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 wut. Nein, kein Drück, stopp, da. Genau. Kapierst du es mal endlich, danke. So, wie ist es hier aus? Hm. Hier, achso, hier sind die Türmen. Hm. stimmt ja die habe ich ja ganz vergessen müssen doch von tag angreifen bleibt uns nicht anders übrig leider aber ja erstmal einheiten bauen so du fährst hier rein das kommt schon kommt baut wird repariert unser stützpunkt wird so jetzt haben wir schon wieder angegriffen hier wir bauen noch einen weitere ja es wirkt verrückt es ist verrückt aber dadurch können wir richtig schön schnell bauen und das haben wir auch nötig wir brauchen aber auch ein bisschen mehr ressourcen wo nie noch ein panzer würde ich sagen so hat er kommt ja wieder an ich hoffe wir können noch ein bisschen austricksen genau greift mal sehr schön damit haben wir kein nur ein bisschen gebäude angekratzt aber keine einheit verloren so sehr gut oben sehe ich jetzt mal nichts so primärgebäude und erztransporter der geht fix sehr schön der geht richtig fix da werden wir noch mal zwei produzieren da oben ist auch noch was sehr schön erste einheit und kommen ja nicht ist noch nicht hierhin sehr schön nächste einheit und dann wird auch richtig schnell die panzer fertig produziert werden weil wir wie gesagt die durchstürmen müssen und dann machen wir jetzt alle mal ressourcen plätting und ich muss mal die uhr aktivieren ich bin jetzt schon eine weile und ich habe vergessen zu machen so 35 okay mich wurde als das spiel noch nie abgestürzt habe aber ich habe ein paar änderungen gemacht ich glaube zwar nicht dass es ruckelfrei jetzt ist aber ich habe wenigstens glaube änderungen macht die wenigstens dazu geholfen haben dass das spiel nicht weiter abstürzt und das sind auch schon mal super veränderung wie ich finde überfahren bitte sagst du ach so gut greift mich auch noch mal mutter an so alle angriff auf den und du ja hier reparieren meinetwegen haben wir leider nicht zerstört kommt mal an bevor er sich komplett wieder heilt dann komplett nicht auf die hälfte sehr schön so bauen 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 jungs bauen oh gott da ist fast keine ressourcen mehr hier oder war fies mit ihrer flug aufwehr und darum müssen wir immer noch eine werft bauen dann anschließend so ja ja einheit bereit einheit bereit eines bereich und wir müssen dann wie gesagt hier noch eine werft hinbauen jetzt kommen wir da nicht rüber na ja eigentlich reicht auch eine werft ein bisschen weiter so genau bau 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 ja wir können dann schießen doch die sieges verkaufen und darunter und darunter und darunter und darunter und ich würde gerne ein erztransporter bei mir mit in den fetischen haben so und überfahren bitte sehr schön so dann gruppe 1 und speichern wir mal genau die werft habe ich vergessen ach gott nein dann verkaufen wir wieder und ja dann laden wir noch mal einsatz geladen so da kommen wir auch noch nicht die werft und packen und das erste ziel sollte sein dass wir die testerspulen zerstören die machen am meisten schaden komm greift einfach an zerstört die dinger und jetzt hier der da jetzt hier hoch fahrt hier hoch fahrt hier hoch fahrt einfach hier hoch und hier angreifen sehr schön hier angreifen hier könnte man den hier groß angreifen damit wir den auch weg haben los zerstört man hier gebäude und hier das gebäude kann sie nichts mehr produzieren und hier angreifen genau schrauber zerstört sehr schön der ist schon wieder angreifen so jetzt bekommen sie auch nicht mehr sehr schön sehr schön sehr schön und wir haben wieder ressourcen ordentlich so U-Boot werft angreifen kommt mal eh her fällt einfach mal hier hin an und dann könnt ihr auch die angreifen ohne probleme sehr schön jetzt haben sie hier drin zwar noch eine baufabrik aber wie gesagt ich hoffe wir können sie trotzdem eiermaßen angreifen vielleicht können wir hier unten hm ich weiß halt nicht so recht das können wir ja verkaufen wieder so was mich mal interessieren würde wenn wir Artillerie bauen genau jetzt bauen wir mal drei vier Artillerie so und dann werden wir mal versuchen die U-Booten falls sie dann kommen einfach zu zerstören so so eine Minute 19 haben wir noch so was bekommen wir gerade ordentlich haben wir aber wie gesagt noch ordentlich Silos sollten wir also kein Problem haben und die Infanterie halten lassen wir erstmal in dementsprechend in Ruhe erstmal ganz kurz die können doch meinetwegen hinterher kommen so und wir fahren zurück in die Basis so Artillerie haben wir zur Verfügung vier Stück sehr schön kommt mal hier her ich muss mal gucken so genau das ist auch mal was schönes noch mal gespeichert haben hier wie sieht es denn aus wie kommt doch mal Artillerie stellt euch nicht dumm an und ihr der ist sich relativ angeschlagen kraftwerk ist nicht ist weiterhin hier wird repariert damit kriegen wir nicht hin ok ok dann müssen wir das doch anders machen hmm wir müssen hier unten bauen abgeschlossen ah wieder Silo Action yeah damit wir dann einheiten bauen können und eine werft die hoffentlich nicht angegriffen wird mal wieder konstruktion abgeschlossen yeah und ich hoffe das Strom reicht aus und der meckerte nicht rum konstruktion abgeschlossen so werft wird gebaut ach ja wie sieht es aus der kann weg und dann gucken wir mal nach ja der kann zum Beispiel kann rein das wieder so nach und nach ein bisschen reparieren wenn sie alle mal rauf kommen weiß ich halt nicht konstruktion abgeschlossen ok und wir machen mal ganz unten hin ok scheint niemand anzugreifen so da wollen wir erstmal einen Zerstörer ja Sir auch wenn ich von Grands schon gehört habe ich soll erstmal Kanonenboote bauen werde ich gleich mal dann anschließend machen weil die Oberboote sehen können was denn los ja du gehst drauf sehr schön wir haben noch eine Stunde 14 das ist ein bisschen nervig hier wir müssen zuerst hier die Kraftwerke am besten wirklich auch mit Artillerie ausschalten oder ja ja merkt weiß ich doch nicht wie wir das sonst machen können wird gebaut so Einheit repariert dann gucken wir mal nächste Einheit du kannst zum Beispiel hin da geht es auch fix wird repariert Einheit bereit wird Kanonenboot ja Sir in Ordnung in Ordnung hmm also bisher sehe ich hier keine Einheit weiter ich brauche auch ein bisschen Einheiten zur Reserve auf jeden Fall so Einheit ist repariert dann die Einheit sieht auch richtig mies aus auf auf zum Reparieren mit dir wird repariert wird repariert auch hier nochmal reparieren ihr könnt schon mal eine Waffenfabrik bereit halten unser Stützpunkt wird angegriffen okay die Einheit ist jetzt zerstört die repariert werden sollte leider na gut dann kommst du hier rauf ja Sir bestätigt bestätigt in Ordnung wird repariert ja 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 meinetwegen so da können wir mal kurz gucken was sie gehen wow können wir mal gucken hier angreifen so ich hoffe der Weg müsste dann wenigstens rein sein für hier lang damit wir dann gleich Übersetzung können wir schicken schon mal den hier vor und dann noch vier weitere gesunde Gesellen der sieht nicht so gesund aus wenn der hier durchkommt wir können mal den hier wegschicken so reparieren wir mal den noch die sind zum Beispiel noch sehr gesund und dann werden wir einen Transporter bauen ach der ist auch noch dazu zerstört ja kommst du noch mit melde mich wie befohlen wir haben Geld Manni 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 kniete und so dann rein mit euch in die Einheit so und du wirst repariert und dann werden wir uns mal ein paar Sammler auserkoren wo sind denn die Sammler wo seid ihr wieder hin da unten kommen wir so ausladen hier hin mit dir und hier hin so sehr schön wir haben noch eine Stunde sechs laut den unser Stützpunkt wird angekriegt wird repariert schon wieder so schwachsinn so hier das oben hin und dann äh ich hoffe das reicht aus ich glaub nur öfter auf ner Regen braucht ja nicht so viel Strom und ihr hier rein genau jetzt wirds auch schneller produziert sehr schön rein mit euch einfach bitte ja rein hm Wurde hier was gebaut? Scheint so ein bisschen hier haben wir auch die Sache hm nicht schön nicht schön wir werden mal gleich hier vorgehen damit sie hier nicht weiter bauen können ich kann auch hier Primärgebäude setzen so raus mit euch bleibt da ich glaub ich überziehe schon wieder ein bisschen hier und jetzt los hm ja die greifen mir hier gefährlich viel an in Ordnung in Ordnung in Ordnung bestätigt so wenn wir den zerstören hier in Ordnung kommt mal mit bestätigt wird genau gestoppt ja Sir ja Sir muss nicht so viel Schaden machen Hauptsache wir zerstörens erstmal ja sehr schön jetzt runter in Ordnung 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 wird gebaut Einheit verloren in Ordnung bestätigt Einheit bereit Gott Jungs gewöhnt euch mal dran ordentlich zu sein ja Sir wir stehen auf woher haben sie jetzt grad einen Turm gebaut ja in Ordnung wisst ihr was kommt mal runter ha 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 in Ordnung in Ordnung in Ordnung bestätigt in Ordnung bestätigt so dürftet eigentlich keine Gebäude mehr bauen falls doch werdet ihr gleich überrannt aber das werden wir ja jetzt nächsten Part sehen ich glaub ich hab schon wieder viel zu viel übertrieben und da kommt schon wieder ein Gegner an gut bis dann euch noch einen schönen Tag unser Stützpunkt wird angegriffen Ciao